Xxvx so schnell hin auf den verlassenen Parkplatz, raus zu den Roktars. Da, wahrhaftig, steht auch er Rokta Park LS mit seinem Nummernschild und Button. Stattlich beachtlich murmelt jemand Bestimmtes, ein anderer meint mal sehen ob der auch aufspringt. Hengle drückt den Knopf und tatsächlich, Evie hat die Wahrheit gesagt, die Türen des Flitzers öffnen sich. Swinilnisch ist natürlich der Erste, er weiß wo er hin muss, nimmt Platz auf Nummer 3. Hengle und Pachara haben ebenfalls ihre Cockpits bestiegen, ihre Plätze eingenommen. Wirklich wahr der Komm steckt jubelt Hengle und drückt den Startknopf. Aufgrund Hengleis Fernbedienung begrüßt ihn der Bordcomputer wie folgt. Guten Abend Herr und Button. Wohin soll die Reise gehen? Bitte Zielkurve.